Okay, Schatz, sie ist eine 10 von 10, aber sie raucht. Äh, 3 von 10. Okay, sie ist eine 10 von 10, aber sie weiß noch nicht genau, was sie in Zukunft machen möchte. 2 von 10. Hey, ich weiß auch noch nicht, was ich machen will. Okay, aber ich finde es irgendwie unattraktiv. Okay, sie ist eine 10 von 10, aber manchmal richtig aufgedreht. 6 von 10. Schatz, ich bin manchmal richtig aufgedreht. Okay, sie ist eine 10 von 10 und hat noch nie Harry Potter gesehen. 1 von 10. Ich habe das noch nie gesehen. Und ich finde es lächerlich. Sie ist eine 10 von 10 und hat schulterlanges Haar. 2 von 10. Wenn du diese ganzen Sachen so runter votest, wieso bist du denn überhaupt mit mir zusammen? Okay, ich weiß, sie ist eine 5 von 10, aber dafür ist sie deine Freundin. Sie ist natürlich eine 10 von 10. Oh, Baby. Spaß, 3 von 10.